Willkommen Leute, ich wollte ganz kurz mal sagen, ich bin diese Woche weg, weil ich zum Schulnachtheim muss und es tut mir leid, dass keine Videos kommen. Ich verspreche euch, nach dem Schulnachtheim werden aktive Videos kommen und geile Videos. Und ich habe mein PC neu aufgefahren und ja, alles perfekt gelaufen. Ich habe wieder meine ganzen Programme wieder und dann wird alles so laufen wie vorhin, also wie früher. Nur besser, ich werde mich immer verbessern, weil die Qualität wird auch vielleicht besser und bis zum nächsten Mal. Chon! If I was the question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... It's the dun, the dun, dun, I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the dun, the dun, dun, I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in a system, just another stupid number, I don't know, no, no. Ich habe mehr.